FANTA Spielplatzinitiative 2018 Hallo, ich bin Michaela Ungerau von der Gemeinde Remchingen und ich suche Leute, die voten für unsere FANTA Spielplatzinitiative 2018. Wir haben eine tolle Spielfläche in Remchingen in der neuen Ortsmitte kreiert. Unsere Kinder hatten die tollsten Ideen, die man sich vorstellen kann. Jetzt wollen wir diese Spielfläche unter 230 Mitbewerbern ganz nach vorne pushen. Und ganz Baden-Württemberg hat gefühlt Urlaub und ist nicht da. Und wie bekomme ich jetzt Hilfe für dieses Routing? Ich bin echt ratlos. Also Kids, wir haben echt ein großes Problem und ich brauche eure Hilfe. Was machen wir denn jetzt? Wir holen die Feuerwehr, weil sie immer gut ist. Ja, das ist eine tolle Idee. Also los! Wir sind nicht da. Und 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 wir sind 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 da. Und wir Musik So, ihr von der Feuerwehr seid zwar schnell, aber jetzt kommen meine Profis und sorgen für eure Boots. Musik Votet bitte für Musik 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 Musik